moin gott was geht wir sind wieder in foundry drinnen und heute will ich mal die roboterteile angucken ich hatte hier schon vorher einmal reingeguckt ich brauche noch eine fabrik mit energiezellen also bauen wir obwohl hier unten wird es aktuell nicht so gut hergestellt und da muss ich noch meine fabrik mit stangen bauen auch ok wird eigentlich ja ordentlich hergestellt ok ja oh ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott So sex Oh Ja, okay, weiter mit Desync Okay, ich brauche noch Leiterplatten Und Stahl Damit ich Äh, da ein bisschen Oh Gott So So So. Und dann noch Technum. So. Technum. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh! Six. 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 Hä? Warum funktioniert das nicht mehr? Oder hat der hier kein... Doch, der müsste doch Strom haben. Soll es dann hier so sehr aussehen? Soll ich dich mal ab, oder? Soll ich noch mal ab. Soll ich noch keinen, was ich jetzt mal ab. Soll ich noch mal ab. Soll das, was ich noch mal ab. Soll ich noch mal ab. Das war's. Das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, damit sollten wir jetzt ein paar mehr Technumstäbe bekommen. Oh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Okay, dann machen wir hier erstmal mit Energiezellen. Okay, dann machen wir hier erstmal mit Energiezellen. Und wir in die 1, 3, 4, 6. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 7. 1, 4, 6. 1, 5, 6. 6. 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Okay. Oh. 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 Das war's. So. Okay, also. So. 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 Ohhhh. Ohhhh. Oh. Ohhhh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das Ganze jetzt noch mal. So, das Ganze 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 noch mal. So, das Spiel wird langsam immer weiter buggy. So, das Ganze noch mal. 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 Was ist das? Das war's. Oh. Bam! Oh. 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 So, Input, Input. 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 So, 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 Input. Input. So, 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 Input. Input. So, 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 Input. Moin. So, Input. 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 Input. So, Input. Input. So, 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 Input. Input. So, Input. Input. So, Input. So, Input. Oh, Input. So, 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 Input. Input. So, 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 Input. Input. So, 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 Input. Input. So, 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 Input. Input. So, Input. Input. So, Input. So, Input. So, Input. So, Input. Input. So, Input. So, Input. So, Input. Input. So, Input. Input. So, Input. 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 Und produziert immer mehr und mehr und mehr. Ja. Das Problem ist natürlich, dass... ...die Roboter-Teile für Malit Blech brauchen. Und die hier brauchen auch für Malit Blech. Also, ja. Aber aus dem Roboter kriegen wir so viel raus. So, mal gucken, ob wir jetzt ein paar mehr Roboter kriegen. Einer wird hergestellt. Da müsste jetzt gleich... ...einer hier hochkommen. Da kommt er angefahren. Ah, schön. Auf den Fahrstuhl warten wir jetzt. Oh, sogar zwei. Drei. Oha. So. Dann wird jetzt hier nach und nach... ...ein Roboter hergestellt. Tor so. Dann kommt der Arm ran. Dann kommt noch ein Arm ran. Oh. Der produziert sogar hintereinander. Nice. Beine dürfen auch nicht fehlen. Und dann muss das... ...Ganze auch noch verschweißt werden. Aber erst kommt noch der Kopf dran. Boah. Vier Stück auf einmal. Ja, und dadurch, dass die Fabrik hier so langsam ist... ...dauert das halt alles ein bisschen. So. Ja. Und mehr und mehr Roboter werden hergestellt. Desto schneller kriegst du das Firma Lied zusammen... ...und kannst du die Sachen verkaufen... ...und die Maschinen füllen sich... ...und du hast dann... ...eine große Fabrik, die du dann auch noch erweitern kannst. Und... ...ja. Dann... ...machst du irgendwann eine parallele Herstellung der... ...Roboter irgendwie. Glaube ich zumindest. Ein Trenner und ein Kuppler. Ja. Oder du baust ganz viele von diesen Reihen hintereinander weg... ...und... ...lässt sie dann am Ende zusammenführen. Das würde auch funktionieren. Oder weil die Ressourcen ja eigentlich nicht so dramatisch sind... ...packst du halt ganz viele Verkaufslager davon ran. Ganze reist könnte... ...das Dual scale aus. Oh! 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 I ganste das Fanか mine. Und da. Da ich eben gerade nur einen Bot verkauft habe, habe ich 200 bekommen. Aber jetzt habe ich 790. Da sollten so krass viele Sachen reinkommen. Da geht's. Ja. Oh. Jetzt haben wir keine Arme mehr. Oh. 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 Man könnte jetzt natürlich noch mit dem Hochofen anfangen. Hm. Ja. Bis bald. Schönen Abend dir und danke fürs Dabeisein. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 1.0-Update rausgekommen ist. Oh Gott. Und ich hab's auch überlegt. Ich hatte schon 40 Stunden drin. Ja. Und das war halt ne Überlegung wert. Dass das jetzt als nächstes anschaut. Oh Gott. Was hab ich jetzt gemacht? Successful authenticated. Startup complete. Bitte was? Was? Ah, das Legacy of Castlevania. Oh, und Coke Harnet spielt das. Boah, sieht das geil aus. So wie ich wie Rising kenne, eher ist das hier nur so. Was zur Hölle? Gibt's hier noch was mehr dazu? Gestaltwandlerform. Ambient. Figuren. Reittiere. Frisuren. Okay. Das ist nur ein Design-Set des Castlevania. Genauso wie Sinister Evolution Pack. Alter. Also, das ist nur Dingelskirchen. Nur Design. Das war's. Das kannst du doch keinem erzählen. . Das ist nur Verzemberg. Das ist nur es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was soll denn der Mist? Alter, Riesen-Symbol, ey. Alter, Riesen-Symbol. Hat sich das jetzt wieder zerlegt oder was? Alter, Riesen-Symbol. So, und noch testen. Okay, dann spielen wir das ohne Server. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. So, stunlock. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und jetzt müsste der Charakter-Editor kommen. Okay. Oh Gott. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. Okay. Okay. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. So, und noch testen. Oh Gott. Hm. Ja, rote Augen müssen sein. Randolph. Okay. Okay. Oh. Wir sollen 30 Knochen sammeln. Und haben 10. Okay. Oh. Okay. Alles erstmal frei kloppen hier. Und dann. Zack. So. Gibt es hier hinten was? Nein, gibt es natürlich nicht. Oh. So. Uplinkzeit. Oben rechts sehen wir. Wie viel Uhr es ist. Okay. So. Verlasse die Kroft. Ich denke mal da gehen sie dann hier lang. Oh ja die Karte sagt es auch. Okay. Oh. Oh. Unser erster Gegner. Hey. Oh. Knochenschwerde und Knochenring. Öffne das Inventar. Tab. Oh. Das haben die geändert. Aha. Okay. Pflanzenfasern. Oh. 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 ok damit kann man auch nice sache machen Finder aus dem Friedhof heraus ok was ist denn hier lang Ok starten wir da Achievement bekommen nice a whole new bird Ok was haben wir da auf der Karte Robste Tierhaut Leder Ok Okay, ich soll jetzt die Rüstung herstellen. Okay, dafür brauchen wir Tiere. Was ist das? Oh. 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 A feat of living creature. Und das hier ist... Ah, ein Teleporter. Und ich habe einen freigeschaltet, okay. Uff. Ich glaube, das letzte Mal, als ich gespielt hatte, konnte man diesen Bereich erkunden. Glaub ich. Nice. Da ist ganz schön was dazu gekommen. Oh. 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 Ich drücke an C, was ich herstellen will. Oh. Oh. Ah. Ah, man kann gedrückt halten, okay. Okay, dann müssen wir jetzt noch Tiere suchen. Blutvorrat, Attribute herstellen. Okay. So, was sind diese Flammen? Ein Banditenlager. Okay. So, und hier kriege ich dann mehr Blutessenz. Oh. Oh, Kupferers. Nice. Sonst haben wir hier noch eine Truhe. Oh. Was haben wir? Oh, verstärkte Knochen. Okay, eine Armbrust. Hey, 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 hey. Oh. Schalte das Baumenü. Ähm. Oh. Ist das hier? Oh Gott, da ist ein Bär. Da ist noch ein Bär. Da gucken wir doch mal auf der anderen Seite. Oh, hier ist noch ein Bär. Ah, ich werde von Bären verfolgt. Ist das hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mein Blut, um meinen Körper zu retten. Da müssen wir jetzt von Schatten zu Schatten Ja, ich weiß, dass es hot ist Oh Ein Filterer Okay, der ist noch zu stark Okay Da habe ich jetzt ein Bauplatz Oh Gott Okay, also Hier Oh Oh Vor allem Waldbewohner Totenkopf Oh Wolfschen Oh Gott Und noch ein Bär Ja Okay 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 And Blutrosen erhalten. Da kann ich nach der O. Ja. Ist hier oben noch irgendwas. Okay, cool. Oh. Okay. Okay, müssen wir hier erstmal aufräumen. Okay. 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 So und irgendwann später holt man sich dann hier oben irgendwo. Schloss oder sowas, damit es zentraler ist. Oh, okay. 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 Ich kann nicht hier bauen. Okay. Okay. Dann räumen wir hier ein wenig auf und dann will ich bei der Treppe die Palisade bauen. Okay. 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 Moment, Moment. Und hier. gott dauert das lange so die säule noch weg die säule Produktion, Nebel, Feuerschaden Wie dreht man? Okay This will not work Recognize my power Sägewerk Leuchtung Okay Produktion, Herstellung Werkbank, Veredelung, Ungeziefernis Mahlwerk, Anbaufläche Ah Okay Okay Okay, ich reiß für den hier erstmal ab. Das ist dann weg. Okay, und wieder ein wenig Baum, Schloss, Fundament, die Fläche. Okay. Altar der Erinnerung. Lager, Truhen, Herstellung, einfache Werkbank. Dafür brauchen wir Bretter, Bretter. Kupfererz. Okay, also... Machen wir erstmal das Sägewerk. Okay. Kupfermüssen. Oh. Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schmelzöfen brauchen wir eigentlich Da ist Kupfer Kann ich irgendwie aus dem Schatten heraus arbeiten Schade Oder? Schmelzöfen 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 Jo, bis gleich. Ich versuche hier doch irgendwie durchzusteigen. Okay, ich brauche eine Werkbank. Okay, dann machen wir als erstes verstärkte, okay. Okay, also als erstes machen wir die verstärkte Knochenkeule. Okay, also. Okay. 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 So, dann müssten wir doch eigentlich... Okay. Ja. Oh! Okay, Ausrüstungsstufe 14. Okay, also. Und das wollte ich nicht. Oh! So, ich vermute, dass wir dann jetzt hier an der Werkbank nochmal weitermachen können. Oh, wir brauchen Bretter, okay. Dann gucken wir mal eben nach den Brettern. Okay, Kupferbarren können wir herstellen. Nice! So, Sägewerk. Kupferbarren, 16 Stück. Achtung, Leder. Oh, wir brauchen Steine. Wieso haben wir denn nur so wenig Steine? Ach, weil wir das da abgebaut haben. Ahaha! Oh! 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 Oh, oh, oh. Das war's. Malwärm. Anbaufläche. Ok. No. 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 magisches Objekt, Presse, verdorbenes Herz, Attribute, Blutvorrat, okay, Blutknochenring, den holen wir uns. Okay. Ratten, Riesenraten, Nashi, die Vollnissröte. Oh. Okay. Wollen wir doch mal diese Fischgränen. Die hatte ich doch hier irgendwo, ja. Dann packen wir hier unsere Blumen rein. Das fangen wir auch dazu und dann gucken wir doch mal die Flanschmung. K? Oh. Oh. Rufus, der Vorarbeiter, Erol, der Steinbrecher. Kiel, die Frostbogenschützen. Grace, von der Woffenschmied und Grosven, der Verwüster. Und mehr, alter ist das viel. Akt 2. Heiliger. Riesenraten. Okay, dann. Blut verfolgen. Okay, in die Richtung ist er. 15. Ich will eigentlich mein Schwert upgraden noch. Was brauche ich denn dafür? Noch drei Bretter und ein Kupferbarren. Cool. Äh, äh. Leder, Leder. Ähm. Ich fange hier erstmal alles rein. Riesenratte. Oh, nice. Presse. Oh. Okay, wir können hier Sachen zusammenpressen. Nice. Ah, es ist gleich Tag. Da wird das nichts. Oh, und zwei Barren. Dann holen wir uns hier. Äh. Ein Kupfer. Oh, uns fehlt ein Brett. Äh. Okay. Jetzt aber. Okay. physischer Schaden. Okay, aber wir könnten auch ein bisschen Holz hacken. Card들, Okay. Oh, ein bisschen. Ich werde das mehrкв Tada. Okay. Okay. noch ein baum was zur hölle 25, nice wo ist die denn hier viel kräfte zauber der emotes war klar das schwert sollte hergestellt worden sein und warten wir noch bis die sonne untergegangen ist dann sollten wir auch keine keinerlei schäden von dem dann bekommen also weil wir gerade im tageslicht rumlaufen nur so ha ha wir haben es 2 uhr um 5 geht die sonne wieder unter ok ok das dauern und 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 ich glaube ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern dass du die treppen reparieren konntest du dann konntest du den unteren bereich auch noch beanspruchen das heißt wir hätten dann hier diesen ganzen bereich dann noch zur verfügung und und könnte dann auch noch hier hingehen wenn du hier natürlich dann auch noch runter gehen kannst dann gehst du hier hin hier hin du hast ja diesen bereich hier hinten noch ja ja was für neues und in w 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 Jetzt könnten wir uns langsam auf die Suche machen. Unbeflecktes Herz. Das hier ist auch alles verfügbar. Oh. Da könnte man fischen gehen. Da könnte man noch Erz abbauen. Hier könnte man auch noch rein. Also das ist cool. So, wo lang geht denn der Ah, da drüben hin. Okay. Dann Roa Topaz. Oh, noch mehr. Die sieht nice. Oh. Oh. Steingolem hat einen Totenkopf. Das heißt, den kriegen wir noch nicht. Aber ich glaube, ich habe den mal als Okay. Laufen wir eher weg. Da oben ist ein Friedhof. Verbrauchen wir aber nach wie vor. Okay. Oh, Sklette. Super. Kundschaft der Schurke. Stufe 20 ist klar. Oh. Uh. Oh. Oh, Gesundheitskugeln. Yes, und so kriegen wir unser erstes Blut, so können wir nicht mehr gehen. Okay, und hier, der hat noch was verloren. Schwefelerz. Oh, cool, Gestaltenwandler. Und dann haben wir direkt die Fähigkeit von dem übernommen. Können wir jetzt auch nicht meckern, weil wir ein bisschen flotter unterwegs sind. Und ich glaube, wir können sogar unser Schloss weiter upgraden, dadurch, dass wir die Kreatur jetzt erledigt haben. Mal gucken, was uns hier dann für Möglichkeiten geboten werden. Oh, falschen Zauber ausgewählt. Dienstsage und 50 Böden. Okay. Aber wir können jetzt hier im Schmelzofen erstmal wieder ordentlich Kupferbarren reinhauen. ins Seegewerk was reinhauen. Mal sortieren. Und wir haben hier... Okay, wir haben nix, was so Richtung... Edelsteinstaub. Okay. Haben wir denn Jager weitere wie Blutträger? Auf K konnten wir die sehen, ne? Okay, zurück. Oh. Nordosten sehr weit entfernt. weit entfernt. Sehr weit entfernt. Ah, hier sehen wir dann, was wir bekommen. Okay. Ah, hier kriegen wir die Gerberstelle. Zauberpunkt Frost. Reiseumhang, leerer Trinkschlauch. Okay. Und was kriegen wir von dem? Eine Holzwerkstatt. Ambrust und einfache Möbel. Äh, hier kriegen wir eine große, eine große Truppe. Ich glaube, ich will den hier. So. Produktion, wir haben einen Spiegel. Ah, ich kann mein Aussehen gestalten. Wetzsteine? Woher kriege ich denn Wetzsteine? Rauer Fadenleder. 16 Kupferbarren, 8 Bretter. Ich glaube, das wird der nächste Schritt sein. Nord-Ost. Ist der das da oben gewesen? 2 1 2 Hallo und willkommen zurück. Ich habe die erste Kreatur getötet, und zwar den Wolf. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich straight up den nächsten machen kann, weil der gibt uns eine Holzwerkbank. Die wollte ich mir mal angucken. Wir müssen da rüber. Folgen wir dem Weg? Oh mein Gott. Wir folgen nicht den Weg. Oh. 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 89. Keine Ahnung, was das bringt. Oh. Blutrosensamen. Ratte. Okay. Rufus, der Vorarbeiter ist sehr nahe. Das heißt, der ist wirklich da oben irgendwo in der Höhle drinnen? Okay. Dann müssen wir da doch glatt mal hinlaufen. Wilderer, wilderer Straßenräuber. Oh. Oh. Wilderer, wilderer. 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 Dieb, schläger. Wilderer, knackere, knackere, knackereber. sea Otherwise- זה�- Oh, ruf uns der Vorarbeiter. Okay. Okay. Naja, tagsüber zu kämpfen ist jetzt nicht das Intelligenteste gewesen. Ich denke, du bist schnell auf deinen Faden. Oh. Oh. Oh, wieso? Teleportation. Hey, ho. Ja, wir sind gerade gestorben, weil die Sonne einfach zu... Was ist das denn für ein Symbol? Ein Kaufmann. Was kriegt man denn da gekauft? Ja, wir sind jetzt gestorben, weil... Die Sonne uns einfach gekriegt hat. Tagsüber zu kämpfen ist echt problematisch. Wodrauf man da überall achten muss, ist echt nicht feierlich. Aber wir können gleich zu dem nochmal hin, während es dunkel ist. Und wir müssen zum einen unsere Sachen wiederholen und zum anderen... Oh Gott. Können wir hier jetzt einfach mal gucken... ...was der so anbietet. Oder die. Okay, wir können... Okay, nice. Das ist wie ein richtiger Buchchen. Oh. Was der so anbietet. Oh. Was der so anbietet. Was der so anbietet. Der so anbietet. Oh. Okay. 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 Oh. 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 Wir müssen aber unseren Loot wiederholen. So. Das kriegen wir eigentlich, indem wir hier auf die Straße gehen. Ah. Wir können den hier aber noch zerlegen. Wenn eh gerade Tag ist, dann können wir hier auch eben alles abreißen. Oh. Deren Nähe will ich nicht sein. Höhleneingang? Okay. Oh. Äh. Wolfsform sollten wir bedeutend schneller sein. Heulen. Also Schüttchen. Wir müssen dann auch mal glauben arbeiten. In Schulterdam. Oh. 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 Was ist denn dann hier? Primärangriff. Leider wird jedes Mal das Lager zurückgesetzt. Wenn man stirbt. Ah, das war das. Oh. Ha. Da haben wir ihn jetzt auch, unseren zweiten Wiebler-Träger. Der uns schön eine Werkball zur Verfügung stellt. Ja. Okay. Lieder. Das kann man immer Jut hier brauchen. Jut. Äh. Okay. Wir haben Rausch. Okay. So, aber wir können dann jetzt zurückkehren in unser Domizil. So. Ähm. Was? Ich wollte die Holzwerkbank bauen. Genau. So. 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 die eigene Bude. Oh, wir haben Dekoration. Wow. Wow. Wohl Beleuchtung. Zwölf Bretter. Bilderrahmen, geschnitztes Holz. Okay. Okay. Oh, ich kann sogar ein zweites bauen. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. 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 Ach, einen Forschungstisch habe ich noch nicht, okay. Ja, aber ich würde sagen, für heute war es das dann und dann gucken wir mal morgen, ob wir, oh Gott, weiter wie Rising spielen oder was anderes, aber ich denke mal, ich werde wieder zuerst einmal in Foundry reingucken, einfach mal, um zu gucken, wie viele Roboter wir hergestellt haben schon und wie der ganze Automatisationsprozess sich weiter abgeschlossen hat, weil so aktuell sieht es ja danach aus, als ob das jetzt bis hin und in die Unendlichkeit läuft und man jetzt einfach nur noch sagt, okay, ich stelle jetzt Forschungspunkte en masse her, um einfach diesen Forschungsinspekt nach oben zu bringen und zeitgleich stelle ich einen ganzen Haufen Roboter her, um noch mehr Firma Lead zu bekommen. Man könnte natürlich jetzt in die Überschussproduktion gehen, das heißt, man baut es wirklich nach und nach so auf, dass man am Ende 640 Roboter pro Minute herstellt. Das wäre ein wenig Hardcore, aber es wäre möglich. Ich weiß nur nicht, ob die Welt das dann mitmacht, weil aktuell habe ich den Eindruck, als ob die schon ein bisschen anfängt zu buggen. Genau, aber ich denke mal, für heute war es das dann. Eine Sache wollte ich aber noch ausprobieren, wie das aussieht. Haben wir es. Ja, die Lampen machen das nicht so richtig mit. So, und wenn ich das Teil jetzt ausschaut. Und? Jetzt müssen wir uns doch... Okay, passt so ein bisschen zu V-Rising. So, machen. Ja, also die Einstellung könnte man dann später vielleicht verwenden. Äh, alles ein bisschen in Blut getränkt. Naja, aber ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs dabei sein und, äh, dass ihr da wart. Voilà. Und, ähm, ich würde sagen, das war es dann für heute. Gute Nacht. Schönen Abend euch allen noch und... Ja, dann bis morgen. Da wieder so roundabout 18 Uhr, denke ich mal. Und... Und... Gute Nacht. Hab einen schönen Abend. Und wir sehen uns. Ciao.